aber das ist Prozent wo bin ich das Spiel wird es viel unterhalten ich weiß nicht wie das bei der neuen Prozent das hießen ist sage ich jetzt mal was hießen weil ja von Frontier ich habe noch nicht reingeguckt oder so bei jemanden ich weiß nicht ob ich das machen will oder nicht jetzt hilft ihm wieder auf fucking talking to you I say stop you best stop Kenny he understands just fucking stay put I'm gonna have a word with you he doesn't have to treat him that way kids been through enough you all right here yeah yeah go on and talk to him I got clam if I need anything okay here just take the baby okay what is it with you guys what do you mean every man I've known is always trying to let each other know how tough they are put them in their place bunch of dominant alpha male horseshit and it all ends the same way but don't look at me I ain't that guy oh that ain't true you get in your fair share of piss of matches too do I are you kidding me yes they're not all like that there are good men too my friend Lee he was a good man well I wish I had had a chance to meet him me too I wish she was here now guess it took a woman to talk some sense into him looks like Jane broke it up keep pressure on it okay I'm gonna go fetch some bandages hey Bonnie yeah I'm sorry for what I'll be right back okay damn it here thank you okay yeah let's just put the wounds to damit das nicht süfft, süfft, süffisant. Also für den Comic echt gut gemacht, muss ich mal sagen. Für keinen guten Grund. Und ich konnte nichts machen, um es zu stoppen. Alle, die wir mit uns sind, sind einfach weg. Nick, Pete, Alvin und Beka, Carlos, Sarah. Und für was? Du kannst dich nicht verraten. Wir haben alle Fehler gemacht. Ja, ein paar von uns mehr als andere. Ich könnte noch mehr haben, aber das ist nicht für die Debatte. Ich weiß es in meinen Häusern, und ich muss es leben. Also einige Wörter weiß ich zu übersetzen. Aber ganze Texte, da fehlen mir dann doch wieder die Silben für. Ich hatte zwar früher an der Schule immer ein bisschen Englisch gehabt. So ein Buchstuhl gehabt, so ein bisschen was hängen geblieben. Aber das war es auch. Deswegen sorry, Leute. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen mehr Englisch, nicht? Ja. Oh. Oh. Der Verband wurde jetzt über die Hose gemacht, anstatt unter der Hose. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber du kennst ihn besser als ich. Okay. Ich hatte eine Frau. Das wird verraten. Aber nur für einen Moment. Es wird es verraten. Ich weiß, was es macht. Es wird es verraten. Es wird es verraten. Es wird es verraten. Ich dachte, wir gehen mit Alvin Junior. Was denkst du? Rebecca hat gesagt, dass sie ihn Alvin würde, wenn es ein Juni wäre. Ich meine... Ja, das ist ziemlich kreativ. Es geht nicht darum, zu sein. Es geht darum, einen guten Mann zu erraten. Und zu dem Juni wäre jemanden, jemanden zu sehen. Alvin Junior wäre es. Du magst das? Ich denke, AJ verraten. Was hast du da? Ich denke, ich bin gut. Ich habe es gesagt, ich bin gut. Bonnie hat mich über. Sie denkt, dass deine Bandage an sich verraten. Ja. Sie versucht es zu machen. Ich sehe, sie hat die Arteile in den Armstilien. Ja. Du musst nicht so machen. 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 Okay. Okay. Let's get it over with. Let's get it over with. Hopefully it don't scare this little guy. Or you. Ich weiß nicht, wie soll er seine Wunde reinigen? It's okay. Ich trust you. Ich bin nicht so einfach. Ich hab mir immer gut. Ich habe mich mit meiner Arbeit gesickeln. Du musst dir sind. Du kannst dich alles gut sein? Ich bin so egal, Appetitur. Du kannst dich nicht mehr schl rien machen. Wollen Sie das schlange sein? Ich bin so wichtig. Ich bin so wichtig. was soll jetzt müssen wir wieder jungen das wird jetzt brennen um die verträgt er das aber was wartet du oh ja oh 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 okay dann nochmal Oh Gott! Oh Gott! Und jetzt wieder den ollen Verband drauf. Ja doch, der Verband ist über der Hose und schon unter der Hose. Okay. So, es wird gespeichert. Neue Errungenschaft freigeschaltet. Geht aber schnell hier. Oh, da quietscht was, da muss man geölt werden. Eine... Das vernehmen sich da gar nicht zu. Was bedeutet, was? Das ist das, was du hast uns genommen? Arvo, wir versuchen nicht zu sein, mit dir. Wir wollen nur wissen, ob das ist, wo die Supply sind. Ist das das, was du hast uns genommen? Die Supply sind hier? Nein, es ist... in der Haus. Es ist noch mehr Wach. Es sind noch mehr Hose. Verdammt! Ich wusste, dass das passieren würde. Dieser Mann uns verletzt. Danke. Es wird noch nie. Es wird noch nie. Vielleicht sollten wir nach der Nacht bleiben. Das ist blöde. Relax. Nicht sagen, dass ich mich entspricht. Er ist schweig. 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 Er ist verletzt. Was weiß, was ihr 이거? Er ist schweig. Er hat nah ganz ins Ehre. Dein taxpayer. Aber am sechsmalen Mann. Er ist alt! Wenn wir resten, müssen wir diese Ort aus electromagnetic하시는. also zu dem haus von der russischen mitbürger sind es wohl noch ein paar stunden und haben sich jetzt gerade auf wo für den überhaupt in die richtung laufen wenn das noch so weit ist mich fragt nur dass der soweit von seiner gruppe wie weg war da und das ist merkwürdig ist ganz egal ich bin ein wiener jerk ich bin ein wiener wiener ich bin ein wiener ich denke er mag dich ich bin ein wiener ich bin ein wiener oh nicht so sein er hat einen schweren start einen wirklich schweren start hier ich hab ihn komm her es ist sicher ich bin ein wiener ich bin ein wiener Kraftwerk im Kleinen so wie sich das anhört hier wurde unter Kuhnisch für die Nacht sonst erfrieren wir so soll ja das wird doch ein bisschen kalt damit zu clean Feuer können weh ey 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 Heute ist mein Geburtstag. Sobald wie ich kann, zumindest. Happy Geburtstag, Luke. Ja, Mann. Happy Geburtstag. Danke. Also, das machte du... ... was? 27? Das stimmt. Ich bin froh, dass du dich erinnert. Ich bin sicher, dass du viel ähnlicher fühlst. Keine Ahnung. Ich bin aus der Schule fünf Jahre alt. Ich fühle mich ein Millionen Jahre alt. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Sorry für das Geräusch gerade. Ich hab meinen... ... einen Schluck Eistee gegönnt. Sie hat gerade gefragt, ob das eine gute Idee ist. Und ja, warum soll das keine gute Idee sein? So oft hat man das ja nicht. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Du musst eine Toast machen. Ich bin wirklich die... Komm, Geburtstag, Junge. Es muss nicht so gut sein. A Toast bedeutet, dass wir alle etwas haben. Oh, wir können einfach die Brüche überlegen. Dann gehen wir. Um. 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 Yeah. Um. Um. A du mal alles standing in trên. image. Thanks Kenny.